Warum sehe ich das nicht? Ah, da. Den haben wir noch gar nicht gemacht. Nee, gar nicht. Deswegen der und dann noch einen anderen auf Silber schaffen, dann haben wir schon das nächste. Da unten ist einer. Ach, den haben wir schon auf Silber. Ja, machen wir erstmal den, den wir noch gar nicht gemacht haben. Ja, wir machen im Let's Play, oder ja, voll verpeilt machen wir natürlich. Das ist kein Let's Play. Ja, das ist schon Let's Play, aber halt voll verpeilt ist das Let's Play. Ja, ist aber voll verpeilt. Das kannst du auch gar nicht anders machen. Ach, da ist es. Was wolltest du denn... Was wolltest du denn jetzt sagen? Äh, erstmal alles Silber hier voll verpeilt machen und entweder machen wir das dann halt off-screen. Genau, off-screen den Rest, oder äh, vielleicht. Wenn was schwieriges dabei ist, kann ich es ja auch mit aufnehmen oder sagen, ja hier, das war so schwierig. Kein Problem. Äh, kann ich? Äh, Geronimo! Ja klar, kannst du. Hab ich auch gemacht, gerade. Erstmal einen Stammfall rausgehauen. Gut, äh, 500... Wie war das nochmal? Ah, ja, ja, so, genau. Nein, 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 nicht, 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 ah, scheiße, der hat aufgehört. Kacke. Ja, der hat mich überfahren. Beste ist, beste ist Autobahn. das beste ist halt autos zu finden kein umfahren nein scheiße im wasser ich deswegen sag ich der beste ist autobahn machst du die meisten punkte ich will das auto da einholen auch schade andersrum ist wohl besser auf der gegend war als ein bisschen da jetzt los ja ich krieg keine autos hier ich bin falsch und falsch ich muss da in deiner richtung nein nein genau über die autos verdammt oh komm schon jawohl komm schon 100.000 wie hoch bin ich gerade gesprungen was war das denn alter das ist ein bug manchmal er jünger jetzt muss ich nur noch ohr alter sogar lenken tue ich als ob ich fahrrad fahren würde er gerade erhältlich sein bei der leider der leute alle 3 320.000 okay fett lustig ja kein auto da ich bin ganz richtig schlecht man braucht eigentlich kein auto reicht schon wenn es nur auf dem stein ist auto gibt natürlich noch mehr ja das ist dann ein richtiger multiplikator halt hoch ja und adrenalin und so gibt ja auch mehr punkte aber wenn jetzt keiner nein da bist wasser mit mir scheiße 70 190 200 nein auto verdammt 200 okay ah ich weiß wie man diesen krassen jump macht äh beim aufstehen shift und dann klicken was also rennen und drücken also ich mach ja keinen jump boah gut ey der wagen der ist zwar gut der hat mir schwung gegeben jetzt gerade oh komm schon der fährt so lahm alter ja komm schon yes nice oh nein bin gehalten verdammt ah ich bin ja noch da ich bin noch da ich bin zwar erst bei 200.000 aber boah gut wieder auto berührt 300.000 gut ha 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 ja 400.000 ah 400.000 leider nur silber hey 200.000 noch lol das ist so easy irgendwie grad ja das sag ja auf autobahn kriegst du die meisten punkte auch boah der wagen hat mich voll getroffen auch wieder ja ja irgendwie fahren hier nicht so viel rum doch bei mir geht es eigentlich wow ja der ist nice ja ja 150.000 gerade 160.000 170.000 200.000 ja ich hab auch 160 ja und wir haben noch sogar übergas fertig betrug ja fertig next 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 genau da ist ja ein trick gehabt irgendwie so instant die äh zwei millionen oder so machen ne und dann 8.000 dollar abkassieren innerhalb von ein paar sekunden das wäre geil ne ja auf jeden fall so wo ist jetzt der andere äh den hab ich auch schon geguckt ja da hast du recht wo ist der andere da sind wir da ist auch noch ein silber den können wir dann auch noch machen weil ist ja easy da haben wir schon gold nein da unten wahrscheinlich da unten das ist ein einfacher steht dran alter ja aber da waren wahrscheinlich zu wenig autos oder das war der erste wo wir das noch nicht so verstanden haben ja das glaube ich eher dass das der erste war oder das halt wirklich entfernt von der autobahn ne ja nein nein auch die betrüge äh waren sind ja anders im gegensatz zum zum äh dritten fall ja das war aber der betrug ja anders das war bestimmt der erste betrug wo wir noch nicht äh hoch springen konnten et cetera ja ja ich denke ich mal von aus und mach bloß nicht Katz und Maus das ist größer scheiß da ist doch pvp ja weil ich da grad rüberspringen ach so oh da ist was I need you oh da oben ok haha sooo irgendwann hab ich sie alle stand irgendwas von tausend noch was was 1062 oder so naja es sind irgendwie tausend stücke oder so ein bisschen mehr als tausend wo ist denn der betrug ach da ach genau das war der erste den wir gemacht haben da kann ich mich noch dran erinnern da haben wir dann so so zehntausend punkte boah guck mal voll viele punkte gekriegt und so weil noch kann war war ganz kurz irgendwo hier muss so ein scheiß sein die autobahn ist übrigens in der nähe ne die ist genau oben drauf lol wo ist das aber das war der erste den wobei das noch nicht verstanden haben aber das war der erste den wobei das noch nicht verstanden haben halt da sitzt du nicht ah da ok nein das weiß noch nicht ganz kurz noch so der der war schwer zu erwischen weil der direkt unter dem dach an der kante ist und du musst das mit dem eis abschießen oder mit dem blaster ok was war das denn was war das denn lkw ich komme nicht auf die autobahn rauf ah jetzt ah ja gut was war das denn wollte ich nicht bereit schön autos er hat hier nicht mehr weiterfährt ah ich jetzt aber dieses gar nicht oh 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 da muss ich dran vorbei oh 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 wieder zurück wieder zurück wieder zurück scheiße scheiße 300.000 nur gekriegt ey man ärgert mich jetzt wo ist der da ist da nein ja ja und nein 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 nicht runter nicht runter nicht runter boah alter selbst hier kriege ich nur welche alter wie fall ich wie fall ich da gerade 0 slow-mo ja war ich auch gerade ich hatte zu wenig geschwindigkeit hatte ich weil ich fahre wir werden ja haben wir es geht ist so unten oder oben auf der autobahn gut nein folgings schild scheiße so alt hier ich komme wieder hoch naja 100.000 endlich mal was scheiße hier mein ich bin schon fast bei 500.000 und das war immer besser in dem Ding hat keine Ahnung irgendwie ja du hast ja auch jetzt vor viel lauflein gespielt ich hab einen Monat nicht mehr gespielt ja also so viel hab ich auch nicht gespielt ich hab nur die Betrüge gemacht ah scheiße scheiße kommt schon kommt schon komm schon kommt schon jawohl 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 ah fuck alter wir brauchen noch 700.000 ja ich bin jetzt gleich bei 600 ach immer noch dabei oder was nein nein komm schon komm schon Auto 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 580 hab ich jetzt 610 ah fuck nein 613.000 scheiße ja 50.000 auch noch und dann haben wir es nein komm schon 11 Sekunden ja der eine Trick muss halt jetzt noch landen wie viel hast du gesagt 50.000 ja etwa ich hab jetzt noch 20 ich hab jetzt noch 20 komm schon komm schon ich hab 25 noch ja ja warte warte nein 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 ah man mach schon mach schon tausend 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 scheiße war das knapp alter huh 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 okay du hast noch 50.000 okay uh ja irgendwie total verrascht halt jetzt wissen wir aber warum wir nur Bronze hatten schau Ericsson spielt wieder Bordolens ein ganz ein netter aha so haben wir das auch genau haben wir das auch schon wieder eine Herausforderung geschafft ja wir enden 19 weitere Herausforderungen juhu I did it so dann können wir ja jetzt das letzte Gold dann noch holen oder wie haben wir noch einen offen ja und zwar äh was war das Versicherungsbetrug äh wir haben 3 von 4 Gold also wir müssen jetzt in einem noch Gold machen eins haben wir nur auf Silber ja wo was das hab ich vorhin gesehen gehabt äh das haben wir das haben wir vorhin gemacht glaub ich wenn die Gold sind sind die ja eh weg da genau ne die sind nicht weg die sind nur grau ne die sind nur grau da ja da sieht man schlecht oh wieder Buggeld nicht auf yay oh knapp 100.000 wieder geil Upgrades hab ich level ab? cool ne hab ich nicht ach automatische Upgrades hier für die Erfolge Bekanntheit weg alle entfernt bei Anruf jegliche Bekanntheit cool 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 äh ja was wir eigentlich machen können warum nicht ich brauche meine Bekann es gibt nämlich nen Erfolg während wir nicht Missionen machen äh ein NPC dazu holen zwei Stunden lang oder sowas insgesamt sind also während wir keine Missionen machen das machen wir ja grad nicht also mhm naja sind das keine Missionen diese ne ne das sind keine das ist ne Herausforderung also auch wenn wir jetzt nur so hin und her laufen von Mission zu Mission einfach mal einen Begleiter mitnehmen und dann stack das immer ein bisschen mehr hoch dann passt das schon ja kein Problem hab ich nur mal irgendwann gesehen und ist halt assig wenn wir das ganz am Ende dann noch machen wir sind zwei Stunden mit irgendeinem Spiel ja ne das stimmt schon stimmt da war noch was meins was ist das was ist das ach will ich nicht ich bin 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 und ich bin ich bin okay dann gucken wir mal das ist ne scheiß Gegend hier Naja das ist ne Scheiß Gegend. Kein Wunder das war da nur Silberarm. Boah 2,3 Millionen für Gold. So mach. Ich bin bereit.